Hinter Co-Creations steckt, ich würde nicht unbedingt sagen, mehr Herzblut, weil das steckt natürlich in jeder Kooperation, wenn man es richtig macht. Aber es ist natürlich das eigene Produkt, das eigene Baby, was man quasi auf die Welt bringt. Hallo, schön, dass du hier bist. Danke. Ja, setz dich gerne hier. Ja, Bella, unser Thema sind ja heute Co-Creations und du bist in dem Bereich Expertin, würde ich sagen. Deinen Kanal Mrs.Bella gibt es ja schon seit 2014 auf YouTube und du hast dir da über die Jahre eine unheimliche Reichweite aufgebaut. Ich glaube, dir folgen mittlerweile vier Millionen FollowerInnen über alle Kanäle, also YouTube, TikTok, Instagram. Erzähl doch mal, wie ist da zu deiner allerersten Co-Creation gekommen? Also meine allererste Co-Creation war damals mit BH Cosmetics und zu dem Zeitpunkt habe ich schon ein paar Jahre auf YouTube Tutorials hochgeladen und habe dann auch die ersten bezahlten Kooperationen tatsächlich mit BH Cosmetics auf dem deutschen Markt bekommen. Also ich war quasi so das Testobjekt, sage ich mal, wo sie gesagt haben, okay, wir investieren jetzt auch mal ein bisschen Geld da rein. Die Brand kommt aus L.A. und war auch da schon sehr groß und mit mir war dann quasi der Startschuss nach Deutschland und die haben dann irgendwann gefragt, okay, wie sieht es aus, möchtest du vielleicht mal deine eigene Lidschattenpalette mit uns zusammen kreieren? Und das war so eine Ehre, weil ich mir dachte, wow, Carly Bible, auch eine YouTuberin aus Amerika, damals super groß, hatte die erste Palette mit denen gemacht in Amerika und ich durfte dann den Deutschlandstart machen. Was halt total neu war, weil ich die erste Creatorin war, die sowas überhaupt gemacht hat. Okay, cool. Du hast ja, oder unser Slot heißt ja auch die Power von Co-Creations. Was für einen Effekt hatte das dann für die Marke, also für BH Cosmetics? Also die Marke hat sich komplett im deutschen Markt etabliert. Es war wirklich sehr, sehr groß. Sie konnten dann auch in den stationären Handel, also in fast jedem DM oder sogar in jedem DM, haben auch einen stationären Platz bekommen. Also diese, nicht nur Aufsteller, sondern wirklich komplett gelistet und das war schon sehr, sehr groß für die, weil das für die natürlich ein absoluter Superstart war. Lass uns doch nochmal so einen Schritt zurückgehen, also eigentlich ganz an den Anfang. Da war YouTube deine allererste Plattform und wie, was würdest du sagen, wie bist du überhaupt so groß geworden? Was waren da so wichtige Meilensteine für dich? Ich bin gelernte Friseurin tatsächlich und auch ausgebildete Make-up-Artist und zum damaligen Zeitpunkt war diese Expertise nicht so häufig vergeben, sage ich mal, auf YouTube. Das waren eher so Fun-Projekte für die meisten und dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt die Einzige mit dieser Expertise war, die halt die YouTube-Tutorials hochgeladen hat, war das, glaube ich, etwas, was sehr viel Vertrauen auch in den Leuten geweckt hat. Und ja, die dachten, okay, die wird schon wissen, was sie sagt, wenn sie da eine Ausbildung gemacht hat und so weiter. Es war einfach straight aus meinem Kinderzimmer raus und es war sehr nahbar. Und ich denke, dadurch, dass wir dann groß geworden sind, alle zusammen quasi, diese Community mit mir zusammen, war das einfach so organisch, dass man sich vielleicht auch damit dann identifizieren konnte. Dann hast du ja irgendwann auch noch andere Co-Creations gemacht oder relativ viele sogar. Zum Beispiel mit Neonail oder auch mit Nusha, die machen Haarpflegeprodukte. Wie entscheidest du so, mit welcher Marke du zusammenarbeitest oder was ein guter Fit ist? Im besten Fall oder für mich tatsächlich der einzige Fall ist, dass man die Marke kennt, dass man die Marke benutzt, dass man die Produkte verwendet, dass man die Marke auch kennt und dass beide Parteien quasi dieselbe Sprache sprechen. Das muss ein Fit sein und zwar 100 Prozent, sonst funktioniert es nicht. Und man kann nicht einfach hergehen und sagen, okay, Marke XY, mit der habe ich zwar noch nie gearbeitet und die kommen auf einen zu und sagen, hey, Bock auf nur Co-Creation, obwohl ich überhaupt gar nichts mit der Marke verbinde. Das macht keinen Sinn und so entwickeln sich dann auch die Co-Creations. Das heißt wahrscheinlich vor Co-Creations gibt es da häufiger erst mal Kooperationen und andere Zusammenarbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also meistens sind das langjährige Partner von uns oder von mir und anders würde das für mich auch persönlich nicht funktionieren. Wie lief das bei Neonail ab? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da zusammengearbeitet habt? Auch der beste Case überhaupt. Meine beste Freundin hat ein Nagelstudio und benutzt die Produkte von Neonail. Das heißt, ich habe die Produkte sowieso jeden Tag mit mir rumgetragen, schon über viele Jahre. Und sie hatte dann mal auf der Fashion Week gearbeitet und war dann mit ihnen auch in Kontakt. Und die haben dann gesagt, okay, wir würden so gerne mal mit Bella zusammenarbeiten. Kannst du nicht ein gutes Wort für uns einlegen? Und ich war so, ey, ich liebe eure Produkte, weil anscheinend funktioniert das, wenn ich trage sie jeden Tag. Und so hat sich dann tatsächlich ganz toll diese Kooperation entwickelt. Und wenn man sich dann füreinander entschieden hat, wenn du sagst, okay, ich mache was mit der und der Marke, wie läuft dann der Prozess ab? Also wie entwickelt man die Produkte? Wie sehr bist du daran dann überhaupt so beteiligt? Also zu 100 Prozent. Nichts geht auch nur einen Schritt weiter, bevor ich nicht das Go gebe. Wenn wir jetzt von den BH Cosmetics Produkten zum Beispiel ausgehen, das waren Schleifen von 20 verschiedenen PA-Paketen, die wir bekommen haben. Und von Samples, die ich ausgewählt habe, von Textur über Farbe, über wie viel Glitzer kommt da jetzt rein? Mach mal bitte ein Prozent oder zwei Prozent weniger oder mehr. Also jeder einzelne Step vom Design, alles ist meins quasi und steckt halt meine Handschrift drunter. Ja, sonst wäre es ja nicht mein Produkt. Das heißt, du sagst, ich stelle mir das Produkt so und so vor und dann bekommst du wahrscheinlich erstmal einen Entwurf und testest das dann selbst, oder? Genau, richtig. Oder bei Neonel zum Beispiel. Ich sage von Anfang an, okay, wie stelle ich mir die Kollektion vor? Was soll das für ein Thema sein? Welche Farben sollen das sein? Welche Texturen sollen die haben? Und da hatte ich natürlich das große Glück noch mit meiner besten Freundin, dass sie das immer auch aus Profisicht dann auftragen konnte bei mir und gesagt hat, okay, das muss noch ein bisschen so, hier noch ein bisschen so. Und genau, dann natürlich viel selber ausprobieren. Wir sehen ja auch sehr viele hier hinter uns. Kannst du vielleicht mal zu ein, zwei Farben was sagen, was du dir dabei gedacht hast oder wo du gedacht hast, die fehlt eigentlich noch, wenn man jetzt shoppen geht und nagellackt sieht? Ja, also 2019 kam die erste Kollektion und das sind so die All-Time-Favorites, weil ich dachte, okay, wenn ich die erste Kollektion raushaue, müssen das so meine Favorite Colors, die ich eigentlich immer trage sein. Also quasi komplett meine Handschrift haben und tatsächlich die 2019er Kollektion war auch die Kollektion, die sich am besten verkauft hat. Also trotz dessen, dass es Limited Editions waren, haben wir über 500.000 oder fast 500.000, nee, über 500.000 Units verkauft und wir hatten immer nur Limited Editions, die wir immer wieder spontan nachproduzieren mussten, weil es dann doch besser gefragt war, als wir dann immer gedacht haben. Trotz Corona und allem hat das super funktioniert und ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Dann hast du auch noch was mit Nushar gemacht. Kannst du da mal so ein bisschen sagen, was du da gedacht hast, was dein Shampoo erfüllen soll, was du da entwickelt hast? Ja, der Nushar Case war super, weil 2020 haben wir tatsächlich schon gesagt, okay, wir hatten, also ich habe bei einem Meeting so eingeworfen, ich hatte schon gerne so mal ein Shampoo, was so gut riecht wie euer Lux Treatment Oil. Und ja, dann hat es natürlich einige Jahre gedauert, bis wir das umsetzen konnten und genau, das ist dann das Shampoo geworden. Ist für mich der Allrounder und einfach ein Riesenerfolg, ist mittlerweile Bestseller bei Nushar und im Standardsortiment jetzt unter dem neuen Namen. Und also stolzer kann man nicht sein, wenn so eine große Marke dich quasi ins Standardsortiment bringt, weil das nicht nur eine Co-Creation, sondern wirklich ein absoluter Liebling ist von den Consumern. Das heißt, die Menschen haben es nicht nur gekauft, als du es gelauncht hast und es so diese große Aufmerksamkeit hatte, sondern das sind Kunden, die es immer wieder kaufen, oder? Genau. Wie, wenn das Produkt dann auf dem Markt ist, wie misst du da für dich selbst den Erfolg? Natürlich am Ende des Tages an den Zahlen. Das muss sich lohnen für beide Seiten. Und natürlich, wenn man jetzt ein Produkt hat, was auch online verkauft wird und wo Rezensionen geschrieben werden können, beispielsweise wie bei Nushar, wenn ich mir da die Rezension durchlese zum Shampoo, geht mein Herz auf, weil das ist natürlich unser Baby und wir freuen uns, so viele schöne Kommentare zu lesen. Oder ich natürlich auch der direkte Weg von den Käuferinnen an mich über Instagram-Nachrichten, die ich so gut wie jeden Tag bekomme zum Shampoo, dass die Leute sich darüber freuen und die das so gerne benutzen. Und das nicht nur so ein, okay, One-Shot, ich kaufe mir das jetzt einfach, weil es ist von Bella, sondern das wirklich weiterhin kaufen. Also das freut mich dann natürlich sehr und so messen wir das dann auch. Geht das dann auch so in beide Richtungen, dass du sagst, auf der einen Seite hast du die Reichweite und dadurch kaufen die Menschen die Produkte, aber andererseits, ja, vielleicht auch, dass Menschen, die dich eigentlich nicht kennen aus den sozialen Medien, auf dich so aufmerksam werden über die Produkte? Das ist natürlich nochmal, also ich würde nicht sagen, ein größeres Kompliment, aber da kann man dann nicht sagen, dass es so ein bisschen Placebo ist, so ja, okay, ich bin Bella-Fan und deshalb habe ich das gekauft und finde das auch deshalb gut. Sondern das ist natürlich nochmal ein Kompliment, wenn man das einfach so kauft und trotzdem für gut empfindet, ohne Fan zu sein. Also das freut mich natürlich auch riesig. Was war denn bisher so dein allererfolgreichstes Co-Creation-Produkt? Also ich muss sagen, dass BH Cosmetics und Neonel, weil die natürlich auch schon weiter in der Vergangenheit liegen, jetzt das neue Nisha-Produkt, super, also fast gleich erfolgreich waren. Wir haben insgesamt über eine Million Units verkauft, was für den damaligen Zeitraum auch vor allem, es war damals noch nicht so groß, es gab noch nicht so viel, es war noch nicht so bekannt alles, einfach eine Masse ist. Wir haben nie Werbung geschaltet oder irgendwas, also es lief ohne jetzt richtige Social Ads oder wir haben nichts Großes gekauft oder Sonstiges. Das war alleine durch so eine One-Women-Power und ja, da darf man schon auch stolz sein. Verdienst du denn dann als Creatorin pro Produkt, was verkauft wird? Das kommt immer auf die Verträge an, wie hat man es jetzt rausgehandelt. Natürlich bin ich am Abverkauf beteiligt, aber das sind ja auch Partner, mit denen ich zusammenarbeite, die sowieso, wo wir immer Jahreskooperationen mitmachen und das kommt dann alles zusammen. Individuell, okay. Welche Vertriebswege funktionieren denn für deine Produkte besonders gut? Ist das eher E-Commerce, ist das eher der Einzelhandel? Also dadurch, dass ich nun mal durch Social Media bekannt geworden bin und da auch natürlich auf einen Schlag die größte Reichweite habe und wenn Launches sind, das sofort an viele, viele Menschen rausschicken kann, ist es natürlich über Social Media auf jeden Fall. Und du kannst direkt auf den Link klicken, kannst schauen, okay, ist das was für mich oder nicht? Da musst du nicht vorher irgendwo hingehen. Aber für BH Cosmetics war es natürlich auch super im DM stationär. Ja, es ist sehr, also der ist so ein großer Partner und hat viel Laufkundschaft und da gibt es dann auch noch einige, die das dann dort gekauft haben, ohne mich zu kennen zum Beispiel. Die Alternative zu Co-Creations, du hast ja gesagt, da steckt sehr viel Entwicklungsarbeit zusammen, das bedeutet ja auch viel Arbeit mit den Marken dann zusammen. Die Alternative sind ja so normale Kooperationen, wo vielleicht dann einfach der Vorlauf auch kleiner ist, aber auch weniger Herzblut drin steckt. Was, wenn du beides vergleichst, warum würdest du sagen, Co-Creations oder würdest du überhaupt sagen, Co-Creations sind da viel, viel stärker? Hinter Co-Creations steckt, ich würde nicht unbedingt sagen, mehr Herzblut, weil das steckt natürlich in jeder Kooperation, wenn man es richtig macht. Aber es ist natürlich das eigene Produkt, das eigene Baby, was man quasi auf die Welt bringt, mit eigenem Namen. Bei BH Cosmetics, jede Farbe, da habe ich den eigenen Namen ausgewählt und das ist halt die komplett eigene Handschrift und die eigene Linie, die man da dann auch einbringen darf. Und das ist natürlich bei Produkten, die es schon im Sortiment gibt, jetzt nicht so. Das heißt, man kann das natürlich noch schöner verkaufen. Was ich mich gefragt habe, so mit deiner Expertise als gelernte Friseurin und deiner Reichweite, hättest du ja auch sagen können, ich mache einfach eine komplett eigene Brand. Warum hast du dich dagegen entschieden? Ich glaube, damals ist das, also bei der BH Cosmetics Case, das ist eine so krasse Ehre für mich gewesen und ich wäre blöd gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Und zudem damals, ich war noch sehr jung, ich hätte diesen Invest gar nicht aufbringen können, überhaupt eine eigene Marke zu machen, ohne in ein krasses Risiko zu gehen, was ich mich damals überhaupt nicht getraut hätte. Und deswegen ist es bis dato nicht dazu gekommen, eine eigene Make-up-Brand oder sowas zu machen. Natürlich habe ich meine eigene Brand mit Schmuck, den wir verkauft haben und auch Fashion-Teilen, aber dieses riesengroße Ganze erwartet uns dann Ende des Jahres. Okay. Hättest du dir denn auch vorstellen können, alle deine Co-Creations waren ja im Beauty-Bereich, kam da auch mal was anderes für dich in Frage, jetzt zum Beispiel Kleidung oder Interior oder so? Also da kommen natürlich das ein oder andere Mal auch Anfragen rein, aber bis jetzt ist es noch nicht so, dass ich, ich höre gerne auf mein Bauchgefühl und ich denke dann nicht nur an mich, sondern was könnte natürlich der Community gefallen, weil am Ende des Tages mache ich das für die Community und es muss ihr gefallen sozusagen, nicht nur mir. Und da war noch nicht da dann das Richtige dabei. Aber was nicht ist, kann ja noch wissen. Im Publikum sind ja mit Sicherheit sehr viele Menschen auch von Brands, aber auch Content-CreatorInnen. Welche konkreten Tipps hast du, damit so eine Co-Creation für beide Seiten möglichst erfolgreich wird? Also es bringt auf jeden Fall nichts auf Krampf, nur weil ich unbedingt eine Co-Creation, egal wie groß die Brand ist, das zu machen, einfach nur um es zu haben, sondern es muss für beide Seiten perfekt passen. Es muss ein Perfect Match sein und es muss, wie gesagt, eine Marke sein, mit der ich schon lange Zeit arbeite, wo ich die Menschen dahinter auch kenne, wo ich die Produkte kenne und die Produktwege. Und ein bisschen weiter denken als nur, okay, ich habe dann das eigene Produkt in der Hand, sondern es ist sehr viel Arbeit dahinter und man muss sich durchsetzen, dass das eigene Produkt ist und nicht das Produkt der Marke. Und nur wenn das alles übereinstimmt, dann kann das ein gutes Produkt werden, dass einem auch abgekauft wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt auf einmal eine Stuhlserie mache, obwohl man das vorher von mir jetzt noch nicht so kannte. Das ist einfach nicht authentisch und Authentizität ist das, ist wirklich das Ding, was man haben muss auf Social Media. Es funktioniert sonst nicht. Und Authentizität kann man nicht spielen. Es funktioniert nicht. Was würdest du denn sagen, wenn Marken zu dir kommen und sagen, guck mal, wir haben hier schon ein Produkt, wir suchen hier für eine Co-Creation. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, das kommt vor, aber das ist 100 Prozent ein Nein von mir. Also dann ist es nicht mein Produkt. Ich werde nicht ein fertiges Produkt mit meinem Produkt bewerben und da wird dann mein Name drauf oder meine Marke, die ich ja auch bin, draufgeschrieben. Und so, okay, jetzt verkaufen wir das. Das ist für mich auf jeden Fall keine Option. Gibt es noch andere No-Go's, wo du sagst, dann kommt es für mich auf gar keinen Fall in Frage? Wenn die andere Seite ihr Ding komplett durchziehen will, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Kompromisse einzugehen. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine Co-Creation und nicht einfach nur ein Produkt von einer Marke oder nur mein Produkt. Dann braucht man das gar nicht machen, sondern es muss halt 50-50 sein, mindestens. Also wenn nicht sogar natürlich mehr Input von mir, aber ansonsten nein. Gibt es denn Produkte, die du jetzt schon in Planung hast, von denen du uns vielleicht was erzählen kannst, wo du neue Co-Creations geplant hast? Also wir dürfen uns auf jeden Fall auf einen neuen Mewscha-Bestseller freuen demnächst. Da ist auf jeden Fall was in der Mache und ich bin fleißig am Testen für euch, dass es auch wieder genauso gut wird wie das Shampoo und alle happy mit dem Produkt sind. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Sehr gut. Ja, ich habe, um nochmal zu dir zu kommen, gesehen, deine Ursprungsplattform YouTube, da hast du ja in letzter Zeit gar nicht mehr so regelmäßig was gemacht. Du bist eher jetzt auf Instagram zum Beispiel aktiv. Wie kommt das, also dass du dann irgendwann gemerkt hast, ich muss vielleicht meinen Fokus da verändern? Ich glaube, das ist einfach ganz natürlich gekommen, weil es ein bisschen, zumindest die Beauty-Branche zu Instagram rüber geschwappt ist, weil diese Plattform einfach alles bedient, was YouTube auch hat. Und noch viel mehr, man kann Fotos hochladen, man kann Blogs hochladen, man kann ästhetischen Content hochladen und man kann live quasi seinen Tag mitfilmen und auch in Echtzeit posten. Und das war damals auf YouTube oder ist ja nun mal auf YouTube nicht so. Und die Leute haben nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne, sich irgendwie 40 Minuten Make-up-Tutorial anzugucken. Das hat sich einfach ein bisschen verlagert, weil die Aufmerksamkeitsspanne auch durch TikTok und Co. nicht mehr so hoch ist. Aber ich merke trotzdem, dass sich das ein bisschen wieder zurückverlagert. Und vielleicht gehe ich nochmal demnächst zurück auf meinen YouTube-Channel, ein bisschen Staub wischen und schaue mal, was da noch so geht. Weil es gibt einfach gewisse Themen, die brauchen mehr als nur 15 Sekunden Insta-Story. Du hast ja eben gesagt, dass deine FollowerInnen eigentlich so mit dir erwachsen geworden sind über die Jahre. Wie schafft man das, dass die einem auch treu bleiben, wenn man zum Beispiel die Plattform unterschiedlich bedient oder sich der Content auch ändert? Ich glaube, dadurch, dass das halt so eine natürliche Entwicklung ist, ist das ja nicht nur meine Entscheidung quasi so, okay, ich höre jetzt auf mit YouTube, weil ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Sondern ich gehe ja quasi so mit dem Flow und merke, okay, die Plattform wird aktuell mehr gefeiert als die andere. Und deshalb schaue ich auch da mal, ohne jetzt irgendwie jedem Trend hinterher zu laufen. Deswegen, ich schaue einfach, was mag die Community am liebsten. Und durch Instagram hat man natürlich dieses Sprachrohr einfach auch mal zu fragen, okay, worauf habt ihr denn am meisten Bock gerade? Und es gibt immer noch diese YouTube-Fans wirklich, die immer noch traurig sind, dass ich da nicht jede Woche mehr YouTube-Tutorials hochlade. Aber ich versuche ja immer, mich zu bessern. Nur dadurch, dass ich so natürlich das alleine mache, ich hatte nie einen Cutter oder so, habe ich natürlich nicht immer die Zeit dafür. Aber ich vermisse es auch schon ein bisschen. Okay. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Was guckst du dir die nächsten, also heute und morgen noch hier an? Ja, ich hätte ja gerne Kim geguckt, aber die ist ja jetzt zeitgleich mit mir. Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass hier so viele Leute, habt ihr keinen Platz mehr bekommen bei Kim, das tut mir super leid. Aber ja, ich darf sie gleich noch treffen. Cool. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Ja, deswegen gehe ich auch direkt jetzt hier nach, ab ins Hotel und freue mich. Sonst hätte ich natürlich gerne noch was gesehen, aber bin morgen schon wieder weg, leider. Sehr gut. Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese Insights gegeben hast. Man sieht ja häufig so erst das fertige Produkt, aber hinter Co-Creations steckt eine ganze Menge Arbeit für Content CreatorInnen und für Brands. Also vielen Dank, Bella. Danke dir. Danke. 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 Vielen Dank.